Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Firestorm im Live-Let's-Play. Auf nach Köln! Fantastische Arbeit, Commander! Ihr nächstes Ziel ist vermutlich eine massive Alien-Ansammlung hier in Köln. Wenn Sie die Gefahr eingeschätzt haben, schicken wir Verstärkung und Sie erobern mit Ihnen die GDI-Basis zurück. So hätten Sie die nötigen Ressourcen, um den Feind endgültig zu vernichten. Ich bin sicher, Ihnen ist klar, ein Sieg würde... Nun ja, er würde den Verlauf des Krieges beeinflussen. Köln wird von den Invasoren angegriffen und steht kurz vor dem Kollaps. Laut unserer Feldaufklärung ist die GDI-Basis der Stadt allerdings relativ unversehrt, da sie bereits unmittelbar nach Beginn des Angriffs aufgegeben wurde. Ein Vorauskommando unter ihrem Kommando wird die Lage vor Ort und die Stärke der Alienverbände sondieren. Sobald wir wissen, womit wir es zu tun haben, schicken wir Ihnen ein Ingenieurteam, das sich um die Reaktivierung unserer Basis kümmern wird. Eskortieren Sie die Ingenieure zur Basis und jagen Sie die Aliens anschließend aus der Stadt. Es ist noch nicht zu spät, um Köln zu retten. Kommander, die GDI braucht dringend eine vorgeschobene Basis, um Europa von den Invasoren zurückzuerobern. Die GDI-Basis in Köln hat die Invasion relativ unbeschadet überstanden. Wenn Sie die Energieversorgung wiederherstellen, ist sie wieder voll funktionsfähig. Ah, warum kriegen wir denn die hier? Los, Jungs! Uns liegen Berichte über Alien-Aktivitäten nordwestlich der Stadt vor. Sondieren Sie mit Ihrem Vorauskommando die Kampfkraft der Aliens. Ich will mal in der Sache ausprobieren. Los geht's! Und ab! Ja, Sir! Die gehen einfach von... Wir sind hier. Hütter zur Hütter. Ich regel das. Und ihr macht auf der Seite schon mal alles leer. Auf Sie! Einheit wird angegriffen. Ja! Raketentrupp aufgepasst! Los rein da. Lassen Sie nur kommen. Und wo ist der Feind? Ich spreng die Hüppelche. Alles unter Kontrolle. Das ist cool. Gute Nacht, Ladies! Aber nur leichte Fahrzeuge können hoch sprengen. Oh! Einheit verloren. Habt ihr noch nicht genug? Einheit befördert. Ich hab dich nicht vergessen. Alles unter Kontrolle. Ja? Einheit wird angegriffen. Das dauert nicht lang. Nachschlag! Lasst sie nur kommen. Was brauchen sie? Warum sind das hier so viele Einheiten? Habt ihr noch nicht genug? Dann wollen wir mal. Da dann. Auf dahin. Einheit bereit. Geht's hier raus hier. Gebäude wird gesichert. Und weiter nach vorne. Raketen bereit. Feindliche Einheiten in sich. Sie sind in der Stadt Wimmeltes von den Biestern. Einheit befördert. Einheit wird angegriffen. Jawohl. Feuer frei. Weil ich soll eigentlich ja nur, ne? Bis dahin kommen. Hier. Nachschlag. Welchen Weg ich gehen muss, das wurde nie gesagt. Brauchst du da einen verletzter Tripod? Was brauchen Sie? Wen soll ich erledigen? Feindliche Stützen. Im Sondierungseinsatz erfolgreich. Schicken Sie das Vorausruhe. Machen wir zu unserem Ingenieurteam an das östliche Ufer des Flusses. Empfange Nachrichten. Das Ingenieurteam muss um jeden Preis überleben. Wir haben keinen Ersatz. Besetzen Sie das Kraftwerk im Nordosten, um die Energieversorgung der Basis zu reaktivieren. Gut. Äh. Geht die mal da hin. Geht die da hin. Jetzt wünschst du dir Not zurück, hä? Die Ingenieure brauchen möglicherweise Unterstützung. Aber die Bruderschaft, das waren wir nicht. Schalten Sie ihnen den Rücken frei. Ich habe eine kleine Überraschung dabei. Wow. Hier ist der Zimmerservice. Lass Sie nur kommen. Äh. Okay. Nein, nein, nein. Wir sind hier. Wir sind hier. Habt ihr noch nicht erwischt? Ich wähle das. Neue Bauoptionen. Einsatzzier erreicht. Ah. Melden uns zum Dienst. Geht mal da hin. Empfange Nachrichten. Es scheint so, dass dieses Gebäude die Alien-Truppen koordiniert. Bilden Sie jetzt in Ihrer neugebauten Basis eine Armee aus und zerstören Sie es. Okay. Einheit verloren. Geheimnis. Hier sieht es ja übel aus. Ja, aber die Gebäude sind wohl im Takt. Die meisten. Die haben nur keine Energie. Das muss reichen, Soldat. Wir sollen hier eine Stadt erobern. Los, an die Arbeit. Raketenkopf stillgestanden. Ich habe, was ich brauche. Ich schaffe das so. Ich sehe es, bin unterwegs. Ich habe es natürlich nicht erobert bekommen. Neues Bonus Ziel. Ich bin da. Bau abgeschlossen. Äh, ich brauche dich jetzt. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Ausbildung. Gebäude eingenommen. Energieversorgung des Schallimitters reaktiviert. Jetzt kann es losgehen, Sir. Achso. Schützen Team bereit. Schützen Team. Oh, wir brauchen. Beheben. Tragerlott Team Setra 2 zur Stelle, Sir. Da haben wir diese Monster in den Boden. So treffen sie. Commander, wenn wir die Scharfschützen in Sichtweite der Alien-Basis bringen, können wir von hier zuschlagen. Wartest du das, Philo? Was zum Teufel ist das? Ich weiß nicht, Sollte. Aber jedenfalls sind sie Ghost. Und Butter. Äh. Neue Bauoptionen. War nicht hier drin. Ach, jetzt darf ich den. Natürlich nicht bauen. Ausbildung. Gegen eine Nähe. Bleiben außer Sicht. Hier geht mal rein. Unzureichende Mittel. Fahrtliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ich habe nichts gesagt. Okay, hört auf. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Ich brauche... Geld. Ausbildung. Einheit befördert. Ich glaube, die kriegen ja auch ganz auf Level. Erfahrungspunkte. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau unterbrochen. Mach ich das mal so. Ist doch erstmal wichtiger, dass sie überlebt. Heavy Harvester, ready to go. Dieser Buzzer. Sie sind irgendwie mit dem Walker verbunden. Einheit wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Armored and ready. Heavy Harvester online. Wurzblaus Tiberium. Hier repariert wird. Oh, sehr schön. Feindliche Einheiten in Sicht. Noch eine Stufe. Unsere Basis wird angegriffen. Ja, ich bin ganz da, wo das angegriffen wird. Viel. Okay, komm mal runter. Theoretisch. Man kann erst versuchen, immer zu sprengen. Das sind einfach meine. Einheit wird angegriffen. Ausbilden. Je größer Sie sind, Soldat, desto tiefer fallen Sie. Ja, gut. So kann man es auch sehen. Ich habe Ihre Code. Habe ich Feuerschutz? Ich bringe das Ding zum Teil. Wen soll ich erledigen? Einheit geborgen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ausbilden. Da gibt es noch eine Sache. Ah, du bist Helder. Helder. Genau, du bist Helder. Du bist ein Helder. Wird repariert. Einheit geborgen. Ich schieße einfach doppelt so. Es ist so geil, dass sie einfach so doppelt so schnell schießen und stärker sind. Ah. Commander. Ingenieur, Einsatz bereit. Einheit wird angegriffen. Alles bereit. Natürlich. Ist der Weg sicher? Feindliche Einheit in Sicht. Ingenieur, Einsatz bereit. Alles bereit. Bin unterwegs. Nichts. Ha. Unsere Basis wird angegriffen. Ausbildung. Ey, was brauchen die Scharfschützen? Ich denke, Armory trotzdem. Okay. Wird gebaut. Das Bikobon könntest du ein bisschen weiter nach links gehen. Dankeschön. Ist mir zu weit rechts gewesen. Einheit geborgen. Bau abgeschlossen. An die Arbeit. Ich finde einen Weg rein. Feindliche Einheiten in Sicht. Gebäude eingenommen. Neue Bauoptionen. Online. Ausbildung. Dann, dann. Guck mal. Geht doch, dass sie einfach machen können. Unsere Basis wird angegriffen. Oh, das hatte ich vorher nicht, ne? Egal. Einheit wird angegriffen. Oh. Oh. Na, komm. Den einen kannst du noch machen. Behemoth emerging. Ready and waiting. Alter, die... Ich brauche dafür Overkill. Ehh. Armored Artillery. Ready to repair. MRT ready. Unsere Basis wird angegriffen. MRT overrun. Kacke. Dezent. Wird repariert. Einheit wird angegriffen. Sieh. Ausstieg bereit machen. Ist das Gebiet sicher? Umzureichende Mittel. Das ist... Das ist jetzt echt kacke. Ja. Ready for orders. Einheit befördert. At your service, sir. Ah. Das macht er noch. Unsere Basis wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. At your service, sir. In combat. So, geht er hin. Hold her down. Abrund abgeschossen. Welcome to the park. Hit him home online. Dann... das Seid muss weg. Auch wenn es nicht sichtbar ist, ist es muss weg. Hit him hard. Einheit wird angegriffen. Behemoth pose. Oh, dann hat er hier. Unzureichende Mittel. Ja, die könnten noch wehtun. Na ja, weg damit. Treff doch mal. Danke. Ach so, da. Okay. Ich damit. Geh damit. Weg damit. Wen soll ich erledigen? Zeit für ein Feuerwerk. Stehst. Ein bisschen zu nah dran. Ich bin da. Nur ein bisschen. Mission erfolgreich. Schön. Haben wir die Mission auch geschafft. Gut, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank für's Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Und wir hören uns dann in Bern in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Cheerio. Tschüss. 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 Tschüss.